In Zeiten von Schrecken und Elend, nach der Auslöschung des halben Universums, durch den Fingerschnipps eines riesigen, großen, wilden Universums, haut die Welt sowie die MCU einen neuen Superhelden als Platzhalter bis zum nächsten Avenger-Film, in dem alle Superhelden plötzlich wieder im Leben sein werden. Es ist Zeit für... Ich bin Blitzmann, der Beschützer des Universums! Und da will keinen vernünftigen Bösewicht haben, ist sein größter Widersacher. Seine Mutter. Blitzmann, Todesgeschossangriff! Geh auf dein Zimmer drun, Missit! Ich bin Blitzmann, der Retter des Universums! Blitzmann tritt eine Tür auf! Blitzmann, derp! Blitzmann, mach den Topf für die Nudeln heiß! Blitzangriff! Yeah! Blitzmann, Musikangriff! Du, Blitzmann, unter uns, geil! Was willst du eigentlich daneben machen? Du kannst ja nix! Blitzmann, Toilettengang! Zum Glück gibt's nicht zwei von dir. Dich figg ich noch! Oh mein Gott! Ich bin deine Mutter, Blitzmann! Ich bin Blitzmann, der Beschützer des Universums! Jaaah! Coming soon to theaters.